So, jetzt aber aufpassen, jetzt bauen wir es wieder weg, genau. Ne? So, und wir schauen mal, der Tube-Boy kommt jetzt. Und Marie... Chenet? Marie-Chenet? Oder Mariechen? Mariechen? Oh Gott. Hallo und herzlich willkommen. So, ich habe immerhin Probleme, wenn ich hier bin. Ähm, jaja, es sollten eigentlich alle durch sein. Jetzt kann ich ja das Spiel beenden. Ja, ja. Genau, jetzt müssen wir hier wieder... Mach es doch mit den Dings. Na, niemand soll ja natürlich runterfallen. Ihr macht das schon. Und, ähm... Ich sehe gerade... Unterdach. Mariechenet? Oder Mariechen? Fuck yeah. Danke für den Follower und herzlich willkommen, natürlich, wie gesagt. So, gut. Ja, ähm, Vergiftungseffekt sollte jetzt ja weg sein, liebe Leute. Ne? Ich hoffe, euch geht's wieder gut. Ne? Und... Ah, lieber Tube-Boy? Naja, gut. Ich glaube, wir haben... Wir müssen mal gucken. Ne? Wir haben ja die öfter an- und ausgeschaltet, den Effekt sozusagen. Einfach Marie, okay. Alles klar, Marie. Ne? Und willkommen, natürlich. So, wir schauen mal. Ich würde sagen, wie viele Leute haben es denn überhaupt geschafft? 18 Leute sind übrig geblieben. Sind ja doch noch ziemlich viele, ne? Und, ähm, in der nächsten Prüfung geht's natürlich wieder in den Keller des Schlosses. Also, ihr befindet euch ja schon in meinem Schloss sozusagen, ne? Also, nicht so zu sagen, ihr seid ja hier, ne? Und, ähm, nicht jeder will natürlich, ähm, beziehungsweise bei euch so viele Gäste zu Hause haben. Also, ich möchte euch natürlich auch nicht alle in meinem Wohnzimmer haben, ne? Deswegen müsst ihr euch jetzt leider durch den Keller gehen, liebe Leute. Und in unserem Keller, ne? Ich kann ja mal... Ich muss jetzt, glaube ich... Ah, nee. Ich lass meine Schäder mal einfach an. Ich lass es ein bisschen dunkel gerade, ne? Und, ähm, ja. Hier habt ihr jetzt sechs Minuten Zeit und müsst durch unseren Keller den Weg halt rausfinden, ne? Und, ja, ich wünsche euch natürlich all viel Glück, ne? Und Atombomblast immer noch nicht geputzt, ne? Wir hatten ja letzte Woche schon mal das Problem, ne? Und von da aus würde ich sagen, ne? Findet ihr die passende Druckplatte oder halt, ähm, den... Das für nötige Gate? Und dann seid ihr weiter. Und von da aus würde ich sagen, ihr habt sechs Minuten Zeit und... Voll die Tänzmusik. Äh, das ist einfach Royalty-Free-Musik. Die findest du auch unten in meiner Twitch-Beschreibung. Da findest du auch den Link für, falls du die mal selber hören möchtest. Ähm, gut. Ich würde sagen, liebe Regie. Genau, 360 Sekunden, also sechs Minuten. Habt ihr Zeit? Ne, ich stelle mich mal so ein bisschen in die Ecke und beobachte das mal. Ne? Ich guck mal, ob die da auch wirklich hintippelt werden oder nicht einfach zurückgepackt werden. Genau, und nach dem Game musst du ja hier nicht Endgame machen, ne? Weißt du ja? Ja. Ich guck mal, ob sie hier hintippelt werden überhaupt. Nächste Woche machst du es ein bisschen schwieriger. Was meinst du, Jim? Hoffentlich nicht das Jump'n'Run. Das Jump'n'Run war schwierig. So, das wurde ja hier umgebaut und deswegen gucken, ob die hintippelt werden, ne? Ja, ja, wir haben es ja vorhin, glaube ich, getestet, soweit ich weiß. Ja, trotzdem guckt. Aber wir gucken trotzdem mal nach. Oder irgendwie nicht durchs Portal kann oder so, einfach in den Chat schauen. Genau, wir gucken natürlich an der Stelle, wo der richtige Ausgang halt ist, ne? Guck mal, manche haben es schon gefunden. Wie gemein. Ne? Ich denke mal, aber es sollte alles funktionieren, ne? Bis jetzt ist hier noch niemand. Ja, ich glaube, die ersten sollten jetzt gleich kommen. Ich bin mal gespannt, ne? Lieber Mewtwo, ihr wisst ja, glaube ich, wo der richtige Ausweg ist, ne? Müsst ihr da nochmal gucken. Ne? War schon jemand beim richtigen Ausgang? Habt ihr das zufällig gesehen? Ne, ne? Okay, gut. Alles klar. Gut. Ja, dann sucht, liebe Leute. Und, ähm, nicht wundern, falls ihr natürlich, ähm, hier nebenbei in die... Oh, ich höre mich immer doppelt. Wo ist das Echo? War das gerade bei dir, Heino? Äh, bei mir ist kein Echo. Echo, Echo, Echo. Ne, okay, gut. Ähm, wenn ihr natürlich hier runterfallt, sind nebenbei immer so ein paar, ähm, ich höre ein Echo von mir. Äh, ich höre aber keins. Ja, es kann sein, dass irgendjemand anders gerade vom Team mit, die dann gerade drin ist. Ich kann jetzt gerade in Teams-Fing nicht gucken. Dann hat niemand Zockpower. Okay. Dann kommt das von dir aus. Ne, ich höre mich ja nicht selber als Echo. Das ist Quatsch. Ja, weil nur du redest. Schon okay. Passt schon. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, falls ihr natürlich in die Spinnenweben fallt, gibt's hier neben immer Blöcke halt so, die frei sind, wo ihr wieder raufkommt. Also, ja, sucht den richtigen Ausgang. Ne, 230 Sekunden. Ich zähle wieder Leute auf, die durchgegangen sind. Damit auch ein paar mal wenigstens in den Stream reinkommen. Ich schaue gerade im Wohnzimmerfenster, äh, was? Ich schaue gerade aus dem Wohnzimmerfenster auf einmal fliegt eine Mülltonne vom Nachbarn vorbei. Hey, was? What the fuck? Wie geht das denn? Das ist wütend. Jemand hat die nicht mitgenommen. Genau, er, ähm, der, äh, Marie, das ist wahrscheinlich jemand, der, ähm, bei Devils Castle mitgespielt hat, ne? Und es nicht geschafft hat. Denk man, das ist natürlich nur Spaß. Ja, ist nur Spaß, ne? So, ich bin mal gespannt, ähm, ich glaub, die haben den Ausweg noch nicht gefunden. Ich glaub, die sind hier diesmal ziemlich, ziemlich überfordert, ne? Lieber Mewtwoat, ist denn schon jemand in die richtige Richtung gegangen? Bin mal gespannt. Jein, okay. Und, ähm, liebe Regie, also wenn ihr natürlich auch mitreden wollt oder sowas halt, na, dann, ähm, könnt ihr auch gerne reden, ne? Also, sagt ihr einfach Bescheid. Also, ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit gemütet sein. Und den Regierang bekommt ihr auch nochmal irgendwann bestimmt. Hier auf dem Server zumindest. Ja, ist immer besser, glaub ich, würd ich sagen. Achso, okay, alles klar, liebe Marie. Ja, ja, es stürmt. Also, ja, bei mir ist es nicht stürmig, also hier in Hamburg ist alles gut. Es war auch ein schöner Tag in Hamburg. Es hat noch gar keiner geschafft, sag mal, oder? Hat es schon jemand geschafft, liebe Leute? 120 Sekunden, wir machen auf jeden Fall noch eine Verlängerung. Ja, hier ist jemand. Okay, der ist das schon durch. Ich wollte einfach so zeigen, dass wenn da irgendwelche Probleme mit dem Portal sind, bleibt da einfach stehen, dann teleportieren wir euch. Genau, sollte ein Problem mit dem Portal sein, MNG, bleibt dort stehen, an dem Portal, wo es halt richtig ist, ne? Und dann portet euch die Regie, die gucken dort, ne? Und, was? Adria. 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 Ja, Adria. Adria, aber das ist wahrscheinlich X-Ari, wahrscheinlich auch, ähm, Dings. Äh, im Twitch, ne? Fuck yeah, wie gesagt, danke für dein Follower, mein Freund, ne? Cuteboy! Hey, 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 hallo Dicke, K***. Yeah, haha. So, wow, es sind noch 60 Sekunden. Ich würd mal sagen, wir machen eine Verlängerung. Achso, okay, dann warst du das doch nicht, dein Ari, ähm, natürlich, dann hab ich dich grad mit dem User auf dem Surf, ex. Tut mir leid. Aber trotzdem, sei herzlich willkommen, schön, dass es dir gefällt, ne? Genau, und die Liebe Regie guckt ja mal bei dem Spiel. Heute ist es hier bei dem Spiel ein bisschen faul. Atomwomme bugged gerade rum, aber das liegt nicht an uns, sondern irgendwie an seinem Internet. Reloog, oder ne, Reloog nicht. Da müsste eigentlich gehen, oder? Ähm, Reloog sollte nicht gehen. Beim Gate, glaube ich, da hängt der drunter fest. Da müsst ihr einfach porten. Nee, er ist nicht im Gate, ich hab ihn hier zu mir tippet, aber er buggt die ganze Zeit vor und zurück. Okay. Dann guck ich gleich mal, beziehungsweise... Ich mach mal eine Verlängerung. Ja, ihr müsst halt die Leute, ne? Ihr müsst halt Liebe Regie. Ähm, liebe Leute, die noch da sind, portet ihn, ne? Ihr müsst hier schon gucken, ne? So, dann teilt euch auf, ihr seid ja auf Regie, Teamspeak, ne? So, der liebe Twicemake muss teleportiert wegen, der liebe Regie, ne? Dann der Ender-Teaser, ne? Ihr müsst halt hier einen auf die eine Seite stellen, den anderen auf die andere Seite, Leute. Ansonsten funktioniert das nicht. So, und wir sind natürlich jetzt hier außerhalb von Devil's Castle, gerade mal hinter den Kulissen. Yeah! Atombombe backt einfach nur rum. Okay. Immer noch? Ja. Ähm, ja, Atombombe, dann weiß ich nicht, was du wüsst. Also, ich hab ihn nach oben defelt. Jetzt ist so... Und ja, das bringt nichts, wenn du ihn wieder ins Portal reinfährst, mir natürlich hat ihn nicht nach oben. Ja, keine Ahnung, was Atombombe diesmal dann für ein Bug hat, ne? Gut, ansonsten sind hier viele Leute weitergekommen. Ich weiß das tatsächlich nicht, Atombombe. Weil du böse warst ja. Was hast du wieder gemacht? Ne? Bist du wieder zu oft ins Gate gegangen oder sowas, ne? Ich kann dir leider nicht sagen, ne, was das Problem jetzt gerade ist, ne? Tun mir leid! Was tut das? Wir schauen meinen Stream mit dir aus. Wir sind circa 10 Leute. Was? Ihr guckt gerade den Stream. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als zu feiern? Sag mal, ihr müsst doch feiern. Nicht den Stream gucken. Aber trotzdem, wie gesagt, ist es schön, dass ihr da seid. Fühlt euch herzlich willkommen. Ich will die Mammel bitte nach oben direkt runden. Ne? Und wir machen nochmal eine kleine Verlängerung, ne? Oh. Carsten backt auch. Okay, wir gucken mal. Gleich Flykick? Nein, 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 keine Sorge. Ihr geht nicht durch das Gate durch, sondern wir porten euch, wenn ihr da seid, an der richtigen Stelle. Und... Ähm... Dann kann ich nur sagen, zum Glück hat er keine Facecam, Mann. Äh, Alter, du bist so'n Arsch. So was von meinem Mods, weißt du? Nein, Quatsch. Ähm... Was? Es sind heute recht viele dabei, ey. Ja, heute sind viele dabei. Heute wird es wahrscheinlich einen Gewinner geben, ne? Und, ähm, wir haben ja noch die Wetter am Laufen, zum Beispiel. Das werde ich jetzt auch mal beenden. Ähm... Nebenbei. Weil sonst kann man ja sagen... Sind alle durch. So, wir haben mal das Betting stoppen. Sind alle durch, ja, ne? Äh, eigentlich sollten alle durch sein. Okay, gut. Perfekt. Aber du brauchst jetzt nicht Endgame oder sowas eingeben, ne? Sondern, jetzt müsst ihr einfach die, ne... Yeah. Die typieren die jetzt alle hier rein. Genau. Können schon mal mit anfangen. Hab Geburtstag. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ne? Hab schon den ganzen Tag, obwohl es um 21 Uhr... Oh. Na, dann ist es ja jetzt genau 21 Uhr. Happy B-Day, würde ich sagen. Ai, ai, ai. Oh. Viel Spaß, liebe Regie. Alter, das... Müssen wir mal gucken, dass wir das hier noch ein bisschen verfeinern, ne? Und GameStriker, moin. Ja, wie gesagt, alles Gute zum Geburtstag, ne? Auf jeden Fall. Auch von mir. Na, und viel Spaß euch noch beim Feiern, ne? Oder momentan ja noch beim Zugucken, aber später beim Feiern, dann denke ich mal. Vielleicht, oder halt irgendwie, ne? Je nachdem, was ihr auch immer machen solltet, ne? So. Und wir sind auch schon langsam, ne? Wir sind jetzt hier in der letzten Runde. Wir sind auch schon zwei Stunden wieder hier am Stream. Und, ähm, ja, das Event dauert immer circa zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, je nachdem, ne? Wie viele Chancen wie euch natürlich geht. Auch heute sind echt viele hier. Alter Falter. Uh-ha. Na, und hier kann ich euch ja schon mal die Wand zeigen an den Gewinnern, die es bisher schon... Ich mach mal, glaube ich, doch mal jetzt einen Shader aus für die letzte Runde. Hm. Ich glaube, das ist ein bisschen heller. Ja. Geht die Regie jetzt da rein, oder was? Ja, ja, ich glaube schon, so wie es aussieht. Und, ähm, hier sind sich die Hall of Fame sozusagen. Also, alle, die hier dran sind, ne? Haben schon mal gewonnen. Ihr habt eine Regie, die es... Ähm, alle, die, äh, hier dran sind, ne? Sind natürlich, haben schon mal gewonnen, ne? Oder allgemein schon mal Davids Castle gewonnen. Wir haben es schon ziemlich oft gemacht. Und jeden Samstag um 19 Uhr fängt es dann halt an, ne? Und, ja, von da aus, die Leute werden jetzt hier noch in ihre Positionen geportet, ne? In ihre Fallen sozusagen, ne? Und gleich wird es so ablaufen, dass wir euch halt Fragen stellen. Und die ihr im Chat mit Ja oder Nein halt beantworten könnt. Also, ihr müsst dann halt im Chat auf Ja oder Nein halt klicken. Oder richtig oder falsch. Ne? Ja oder Nein, glaub ich. Ja oder Nein, müsste es sein. Ne? Und, ähm, ich würde mal sagen, wir machen hier nochmal einen kleinen Überflug und schauen mal, wer denn heute noch alles mit dabei ist. Und zwar, Techonda ist noch mit dabei. Atombo ist noch mit dabei. Dann, Learn to Play ist noch mit dabei. Dann, der liebe Mumu. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Der Blitzer ist auch noch mit dabei. Dann, Tubeboy. Dann, Mr. Takeo. X.I. Fame. Dann, Twitchmake. Äh, Twicemake. Entschuldigung. Ähm, Adria D. Natürlich. Ähm, Karsten ist noch mit dabei. Denn der... Richie? Richie, ja. Ich kannte deinen Namen nicht sehen, weil du so gesneakt hast. Tut mir leid. Huffralu, I'm Energy. Dann, Spread those Legs. Und, Ender Teaser. Und, äh, Floschen. Ich hoffe, ich hab niemand vergessen. Ne? Ähm, M.Takeo ist natürlich auch dabei. Ne? Aber ich hoffe, ich hab niemand vergessen. So. Ähm, gut. Wie gesagt, ich denke, ihr habt's ja alle verstanden. Und, ähm, wir werden dann auch schon mal, wenn ihr alle bereit seid, seid ihr denn alle bereit? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, lese ich von einem. Ja. Ja, ja, ja. Ah, ein paar sind, glaube ich, doch noch nicht. Spread those Legs, spread those Legs, spread those Legs. Okay, das werde ich nicht so oft vorlesen. Ah, herrlich. So. Gut. Der Wittmann ist auch dabei. Ja, ich bin auch noch mit dabei. Ne? Natürlich, natürlich. So, ich guck mal gerade. Vielleicht ist der Bot auch gerade überfordert. Game Striker bei deinem Cache. Müssen wir mal gucken. So, gut. Von da aus. Ich würde sagen, wir haben heute, glaube ich...